Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aron Schmidt. Angesichts des Dorregens der vergangenen Stunden sind hierzulande mehrere Flüsse über die Ufer getreten. Vor allem bei den Flüssen Schojo, Torna und Ipoi ist der Pegelstand hoch. Auch in den nördlichen und östlichen Teilen des Landes gilt bereits Meldestufe 2 und 3. Hier wurden mehrere Straßen wegen der überlaufenden Flüsse gesperrt. Auch die Mitarbeiter der Nationalen Generaldirektion für Wasser- und Katastrophenschutz sind in Bereitschaft. An einigen Stellen versucht man, die erheblichen Schäden mit Sandsäcken abzuwenden. Die Hochwasserschutzmaßnahmen wurden landesweit mittlerweile auf über 500 Kilometer ausgeweitet, davon für 220 Kilometer auf höchstem Niveau, also dritten Grad. In den kommenden Tagen soll es laut Wetterprognosen weitere Niederschläge geben. Viktor Orban empfing am Donnerstag den führenden israelischen konservativen Politiker Amiat Kochen im Karmelitenkloster, gab der Pressechef des Ministerpräsidenten bekannt. Der Geschäftsführer der israelischen Stiftung Tikva Fund kam auf Einladung von der Vereinigten Ungarischen Israelitischen Gemeinde nach Ungarn, soll aber anlässlich seines Besuchs auch die Arbeit des Matthias Korwinus-Kollegium kennenlernen. Ziel des Besuchs sei die Stärkung der ungarisch-israelischen Beziehungen in den Bereichen Bildung und Publikationen. An dem Treffen nahm auch Balazs Orban, politischer Direktor des Ministerpräsidenten und Vorsitzender des MCC-Kuratoriums teil. Seit dem österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867 sollen in Ungarn im Bereich öffentliche Verwaltung nicht so sprunghaft große Ergebnisse erzielt worden sein, wie in den vergangenen zehn Jahren, formulierte der für territoriale Verwaltung zuständige Staatssekretär bei der Übergabe des neuen Bürgeramtes der Gemeinde Uissas. István Jörg kündigte zugleich weitere Entwicklungen auf Verwaltungsebene an. Mit der aktuellen Übergabe stünden Bürgerinnen und Bürgern landesweit bis zu 314 Verwaltungsbüros zur Verfügung, in denen mehr als 2500 Fälle in einer modernen Umgebung bearbeitet werden könnten. Der Staatssekretär verwies darauf, dass im vergangenen Jahr über 14 Millionen Kunden die Bürgerämter aufgesucht hätten. Diese Besucherzahl liege dem Rekordwert vom Vor-Corona-Jahr 2019 sehr nah, so Jörg. Im Haus der ungarischen Musik beginnt ab Donnerstag eine temporäre Ausstellung zum Thema ungarische Pop- und Rockmusik von 1957 bis zur Wende. Bei der feierlichen Eröffnung meinte Ministerialkommissar Lars Luban, die Ausstellung beschwöre die heroische Ära der ungarischen Popmusik herauf und sei zugleich eine Hommage an die legendären Schöpfer und Interpreter dieser Zeit. Kulturminister Janusz Tschak formulierte bei seiner Rede, Musik sei Vorstellungskraft, Metapher und Poesie zugleich, welche die menschliche Seele abschalte und in die Höhe hebe. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.